So, ich würde mal sagen, die Koffer sind gepackt, Auto ist beladen. Ich bin Ronny, ich fahre jetzt in den Urlaub. Willkommen zu meinem Vlog. Also, wie man sieht, ich reise alleine. Das hat es auch nicht damit zu tun, dass ich Menschen hasse. So, ganz im Gegenteil. Ich habe echt viele Leute gefragt, die mit wollen. Aber es haben ein paar nur Interesse gezeigt und die, die Interesse gezeigt haben, die konnten einfach nicht. Da war dann irgendwie Urlaubssperre oder die Urlaubstage waren weg. Einfach schade. Na ja, weil ich sage mal so, Erfahrungen oder Urlaub ist mit mehreren Leuten natürlich viel cooler. Weil Erfahrungen zu teilen oder so, also Erlebnisse zu teilen, ist voll geil. Von daher, ich hoffe, dass ich im Videoblog ein bisschen was rüberbringen kann, was ich hier so alles erlebe, Daniel, auf meiner Reise. Von daher, ja, ich würde sagen, wir sehen uns einfach später, dann labere ich euch nochmal zu. So, ich bin jetzt in Passau an der Raststätte. Hier werde ich die Nacht verbringen im Hotel Megane. Das hat leider keine Sterne. Schlafsack, die Beinfreiheit ist ein bisschen eng. Aber wenn ich es auf Google bewerten müsste, wäre es super, weil das ist das hier. Ich penne heute Nacht im Auto. Mal gespannt, wie es wird. Ich gehe jetzt gleich noch eine Kleinigkeit essen von meinem Proviant, den ich mir mitgebracht habe. Und, na ja, gucken wir mal, ob ich mich auf Sanifair noch einschleichen kann. Aufs Klo, dass ich mir nochmal ein Klo kann. Ja, sonst, na ja. So, der Sanifair-Typ hat sich nicht lumpen lassen. Er ist die ganze Zeit vorne gestanden. Aber ich habe nicht genug Kleingeld gehabt. Das heißt, ich habe dann gesagt, du, guck mal, ich habe nicht genug. Da habe ich gesagt, zeig mal her. Das ist genommen, er hat mich in eine Klasse her oder selber eingesteckt, der Lump. So, jetzt zeige ich mal ganz kurz noch meinen Schlafplatz. So sieht er aus. Also, es ist ein Schlafsack, da ist ein Kissen. Ja, es ist ein bisschen nördig, ich weiß. Aber vielleicht sieht man es von der Seite noch ein bisschen besser. Ja, genau, hier. Hier, so sieht der Schlafplatz für heute Nacht aus. Da würde ich mal sagen, weg mir am Arsch, gute Nacht. So, das Hotel Megane hat jetzt geöffnet. Ich habe hier fast schon, wie soll ich sagen, betreutes Schlafen. Also, ich habe hier mein Spotlight von der Taschenlampe, weil sonst wäre es hier ein bisschen dunkel. Ja, jetzt ist irgendwas kurz vor 11. Guck mal kurz drauf. Ja, genau, kurz vor 11. Irgendwann um 5.37 Uhr, 38 Uhr geht der Wecker. Das heißt, ich habe noch ein paar Stündchen zum Schlafen. Genau, dann geht es mal kurz das Frühstück und dann geht es direkt weiter. Ich bin jetzt mal gespannt, wie die Nacht wird. Ich habe ja schon mal im Auto übernachtet hier. Also, mehrfach in dem Auto ist es jetzt das zweite Mal. Mal schauen, wie es wird. Ich würde einfach mal sagen, gute Nacht. Bis morgen. Morgen. Interessiert ich bestimmt brennend, wie ich geschlafen habe. Die Antwort fast gar nicht. War echt unbequem. Habe ich aber schon fast gedacht. So, jetzt ist es kurz vor 6 Uhr. Ich drehe mal kurz rum. Hier ist mein Frühstück. Also, leckeres Käsebrot. Das wird jetzt gegessen. Dann geht es weiter. Ich fahre dann gleich bei der nächsten Ausfahrt runter. Kurz tanke. Weil von der Autobahn runterfahren ist einfach ein bisschen günstiger auf dem Tanke. Dann geht es weiter über die österreichische Grenze. Und ja, ich melde mich einfach nachher nochmal. Bis später. Ich bin jetzt raus aus Bayern und rein in Österreich. Ich weiß nicht, was da besser ist. Ach ja. Sache gibt es. Und dann ist da noch so ein schöner Sonnenaufgang. Da in der Wolkeinriss. Da ist die Donau. Ach ja. Jetzt sind wir am Grenzübergang. Also, vorher noch war es Schild. Aber hier ist eigentlich quasi das ganze Ding. Na ja, bin drüber. Da hinten ist Wien. Ja, für mich gibt es hier noch eine kurze Pause. Ich habe mir jetzt einen Parkplatz raussucht. Da gibt es eine Toilette. Nein, ich habe mir dann raussucht, weil es die Toilette gibt. Und weil der einen coolen Namen hat. Weil hier ist der Fisch am End. Der Rastplatz heißt einfach mal Fisch am End. Ich finde es einfach witzig. Es gibt da noch einen Ort, der heißt Maria Elend. Also mit Doppel-L geschrieben hinten. Aber wie gesagt, hier mache ich jetzt erstmal Pause ein bisschen. Und dann sehen wir uns gleich wieder an der Grenze. Wie versprochen. Ich bin jetzt hier an der Grenze. Was sieht es hier? Bratislava, Jahrhurtze. Staatsgrenze, Österreich, Slowakei. Ich hole jetzt da drin die Vignette. Und dann geht die Fahrt weiter. So, fahrend in Bratislava. Ich fahre jetzt geradezu Richtung Freiheitsbrücke. Vielleicht erkennt man sie. Das ist das Ufo, wo da im Hintergrund ein bisschen steht. Und ich glaube, man sieht es nicht. So, ich bin jetzt in Bansker Bistritzer angelangt. Ich brauche nur ungefähr eine Stunde Fahrt. Ich mache jetzt hier meine letzte Pause. Ich kaufe jetzt hier am Tesco ein. Ich habe gerade getankt. Für 1,11 Euro den Liter. Wie verschissen geil ist das? So, ich bin jetzt angekommen. Das hier ist das Haus in dem Schleifahrt. Da unten ist mein Zimmer. Ich mache mal kurz eine Roomtour. Also, ich gehe jetzt mal rein. So. Jetzt hier die Treppe runter. So. Also, hier ist mein Gepäck. In dem Bett darf ich schlafen. Hier ist Dusche. Und WC. Und Waschbecken. So. Und nach der ganzen langen Fahrt gönne ich mir jetzt erstmal eine schöne Dusche. Bis später. Bis später.